Was ist das Intro ohne Ton? Wir von Tendo.tv möchten dieses Video nutzen, um Danke dafür zu sagen. Nicht nur ich ganz persönlich, auch wie ich schon geschrieben habe, wenn ich nicht immer seiner Meinung war und nicht immer das gut fand, was er mit und für Nintendo gemacht hat, war er doch unbestreitbar einer der ganz Großen in der Branche. Nicht nur, weil er das Unternehmen extrem erfolgreich gemacht hat mit den richtigen Riechern, was DS und Wii angeht, sondern auch, weil er sehr nahbar war. In seinen Direktpräsentationen zuletzt, wirklich quasi fast bis zum Schluss, vor wenigen Wochen noch auf der E3, wirklich sehr toll versucht, den Fans von ganz oben der Unternehmensführung zu zeigen, dass er den Spruch, den er mal gesagt hat, wirklich meint, nämlich auf der Visitenkarte ein Firmenchef, im Kopf ein Spieleentwickler, aber im Herzen Gamer, dass er diesen Spruch wirklich ernst gemeint hat und auch verstanden hat, was es bedeutet, in dieser Branche tätig zu sein. Er war für mich einer der ganz, ganz, ganz großen, ganz wichtigen Persönlichkeiten und er hinterlässt nicht nur bei Nintendo als Unternehmen eine gewaltige Lücke, an der es, ja, oder die es schwierig wird, wenn nicht sogar unmöglich, diese überhaupt irgendwann zu füllen und die vor allem dem Unternehmen eine wichtige Leitfigur und eine Art Leitbild oder, naja, Ikone fast schon nimmt, hinter der sich einiges versteckt. Alles, was Nintendo auszeichnete, war Satoru Iwata. Er stand ganz vorne, er war bei allem mit dabei und hat Nintendo zu dem gemacht in den letzten Jahren, was es heute ist. Auch wenn es Nintendo im Moment nicht so wirklich gut geht, hat er dennoch die richtigen Schritte, ist er die richtigen Schritte gegangen und ich kann nur mein Haupt vor ihm verneigen und zwar wirklich in, ja, in tiefster, tiefster Verneigung, wie ich nur kann, bis zum Boden. Es tut mir im Herzen weh, keinen Nintendo Direct mehr mit Satoru Iwata sehen zu können, nicht mehr seine freundliche, fröhliche und stets lockere Art wahrnehmen zu dürfen und er wird mir persönlich auch, auch wenn ich ihn persönlich nicht kannte, aber er wird mir persönlich fehlen und es wird für Nintendo wirklich, wirklich schwer werden, da einen geeigneten Nachfolger zu finden, der über ein ähnliches Profil verfügt und der es schaffen wird, diese Lücke vielleicht irgendwann mal zu schließen und wieder eine solche Identifikationsfigur für Nintendo zu sein, das für mich immer noch eines der, ja, liebsten Unternehmen ist, wenn man das so sagen kann, denn kaum ein anderes Unternehmen hat es geschafft, in meinem Leben für so viel Spaß zu sorgen und ich hoffe, dass es damit weitergeht und dass Nintendo das gut übersteht, dieses schreckliche Ereignis und ja, auch wenn es kein Japaner sehen wird, mein persönliches Beileid geht natürlich an die Familie, an die Angehörigen und an seine Freunde, an seine Kollegen und ja, ich hoffe, dass das zumindest für die, die näher dran waren, nicht allzu überraschend kam oder nicht ganz so überraschend kam wie für uns, denn vor wenigen Wochen war ja noch oder sah es so aus, als wäre alles wieder in Ordnung. Nicht nur ich möchte dieses Video nutzen, um kurz Stellung zu nehmen, sondern zum zweiten hat Gunnar auch noch ein kurzes Video aufgenommen, was ich jetzt hier im Nachhinein einbauen werde und außerdem werden wir auf tendo.de im Forum einen Nachrufthread eröffnen, der mit diesem Video anfängt und wo ihr die Möglichkeit habt, auch eure Beileidsbekundung und eure Meinung zu ihm zu äußern, einfach über ihn zu schreiben, denn ich glaube, es ist wichtig, wie es mir persönlich zumindest sehr wichtig, dass man an die Leute denkt, sie im Herzen behält und ja, das ist mir persönlich ein Anliegen und deshalb beende ich dieses Video mit einem Lächeln, übergebe an Gunnar und eröffne für euch den Thread im Forum, wo ihr euch an diesem Nachruf gerne beteiligen könnt. Tschüss! Satoru Iwata ist tot und so ist ein ganz besonderer Firmenpräsident von uns gegangen, weil er hat es geschafft, dem international agierenden Großkonzern Nintendo eine Seele zu geben. Seriös auf der einen Seite in seinem schnicken Anzug, fennah, greifbar und authentisch auf der anderen Seite. Authentisch ist ein ganz besonderes Stichwort, weil man hat ihn zu jeder Zeit abgenommen, dass er für das einsteht, was er da tut und was er da sagt. Ich meine, man muss sich nur überlegen, dass er immer versucht hat, irgendwie den Spagat zu schaffen, um die Großaktionäre und Aktionäre auf der einen Seite zufriedenzustellen, aber auch die Fans zufriedenzustellen auf der anderen Seite. Natürlich ist das nicht immer gelungen. Er hat mal den einen Seite vor den Kopf gestoßen, mal den anderen. Aber nehmen wir da einfach nur das Beispiel, dass die Welt ja seit Jahren, die Businesswelt seit Jahren geschrien hat, Nintendo soll bitte Fourth Party gehen, die sollen bitte keine Konsolenspiele mehr machen, keine eigenen Konsolen mehr machen, nur noch auf Mobile veröffentlichen und so weiter. Er war standhaft geblieben. Obwohl das den Aktienkurs geschadet hat, er ist da standhaft geblieben. Und er hat es deshalb gemacht, weil er wusste, dass das entgegen der Firmentradition ist und vor allem auch, dass wo kaum irgendein Nintendo-Fan glücklich gewesen wäre, wenn Nintendo plötzlich ankündigt, wir machen keine Konsolen mehr. Diese Standhaftigkeit ist definitiv etwas, was ich bewundert habe. Und Satoru Iwata hinterlässt ein großes Vakuum. Er hinterlässt ein Vakuum bei Nintendo, aber er hinterlässt auch ein Vakuum in der gesamten Gaming-Welt. Und es wird wirklich interessant sein zu sehen, ob das überhaupt so schnell gefüllt werden kann. Er wird uns definitiv fehlen und Hut ab vor seiner Leistung und vor seiner Menschlichkeit in so einer Position.